Eine der schwersten Entscheidungen in 2020 steht an, welches iPhone wird mein Daily Driver? Das iPhone 12 Mini, das iPhone 12 Pro oder das iPhone 12 Pro Max? Das entscheide ich mit euch in diesem Video. Viel Spaß! Erst einmal vorneweg, falls euch das ein oder andere iPhone mehr interessiert, findet ihr Links zu Videos, die ich vorher schon gemacht habe, in der Beschreibung. Checkt die auf jeden Fall gerne einmal aus. Jetzt gehe ich einmal darauf ein, welche wir hier liegen haben. Wir haben hier einmal das iPhone 12 Mini mit 256 GB in Schwarz, was 944,55 Euro kostet. Dann haben wir einmal das iPhone 12 Pro mit 256 GB in dem wunderschönen Blau für 1.237 Euro. Und wir haben einmal das iPhone 12 Pro Max mit 256 GB für 1.334,45 Euro. Diese Modelle haben mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Darauf gehen wir erstmal ein. Das grundsätzliche Design ist bei allen gleich. Alle haben 5G-Funktionalität, das heißt schnelles Internet. Alle haben ein OLED-Display Retina XDR. Alle haben den neuen A14 Bionic Chip und alle sind wasserdicht. Es gibt noch mehr kleine Gemeinsamkeiten, aber die lassen wir jetzt erstmal außer Acht. Was ich grundsätzlich einfach damit sagen will, ist, dass diese Range sehr nah beieinander ist. Und ich will euch in diesem Video zeigen, was mir aufgefallen ist und für welches Modell ich mich heute entscheide. Ich sage euch, ich habe mich noch nicht entschieden. Es gibt zwei Favoriten. Was ist hier grundsätzlich unterschiedlich? Als erstes natürlich einmal die Größe. Und das ist auch etwas, was natürlich auf meine Entscheidung mit Einfluss nehmen wird. Dann haben wir hier auch unterschiedliches Material. Hier beim iPhone 12 Mini bzw. iPhone 12, was ich hier nicht liegen habe, werde ich euch am Ende erzählen, warum das rausgeflogen ist. Haben wir einen Alu-Rahmen, der matt ist und eine Rückseite, die extrem glänzt und die viele Fingerabdrücke sammelt. Trotzdem aber natürlich, finde ich, sehr geschmackvoll aussieht. Und wir haben natürlich ein vollflächiges Display bei diesem kleinen iPhone. Eine sehr, sehr schöne Sache. Bei den Pro-Modellen haben wir ein anderes Design bzw. gleiche Form. Aber wir haben Edelstahlrahmen, der natürlich in diesem Fall viele Fingerabdrücke sammelt. Und wir haben eine matte Rückseite, die keine Fingerabdrücke sammelt und die sehr schlicht und edel auf jeden Fall daherkommt. Das gleiche hier nochmal beim iPhone 12 Pro Max, wo wir hier sehen, dass die Kameras deutlich größer sind als beim iPhone 12 Pro. Aber das war es auch schon im Prinzip vom Design her. 5,4 Zoll, 6,1 Zoll und 6,7 Zoll. Das sind die verschiedenen Displaygrößen. Legen wir jetzt mal das iPhone 12 Pro und das iPhone 12 Pro Max zur Seite und kümmern uns als erstes einmal um das iPhone 12 Mini. Als ich gehört habe, dass Apple so ein kleines iPhone rausbringen wird, hat das bei mir wirklich nostalgische Gefühle ausgelöst, weil ihr erinnert euch sicherlich noch an das iPhone 4 bzw. 5, was eine ähnliche Form hatte, was ein ähnliches Design hatte. Und es war einfach angenehm, so ein Smartphone in der Hand zu halten, was so klein war und was gut in die Tasche gepasst hat. Das war auf jeden Fall für mich der Grund, dieses iPhone 12 Mini in Betracht zu ziehen, weil ich davor wirklich ohne Ende große iPhones hatte. Ich hatte das iPhone 11 Pro Max, das iPhone 10, also immer die größte Variante vom Display her, die es zu diesem Zeitpunkt gab. Und irgendwie hat es mich immer gestört, wenn ich beispielsweise mit unserem Hund unterwegs war und ich hatte dieses schwere iPhone in der Hand, konnte irgendwie mit dem Finger oben in der Ecke nichts erreichen. Darüber habe ich mich am meisten gefreut, als ich das iPhone 12 Mini jetzt wieder in die Hände nehmen konnte und dann auch dieses große Display bekommen hat, was man vorher natürlich nicht hatte, weil hier oben und unten das Ganze abgeschnitten war. Man hatte ja kein vollflächiges Display. Zum iPhone 12 Mini habe ich auch noch eine Joker Experience aufgenommen, wo ich ein bisschen erklärt habe, was das für mich eigentlich ist. Es ist wie eine Fernbedienung im Alltag. Man kann schnell reingehen, man kann was einstellen, man kann kurz das Schloss öffnen, das Licht anmachen, eine Nachricht beantworten, kurz eine E-Mail lesen, steckt es wieder weg und merkt gar nicht, dass man ein iPhone dabei hat. Das ist wirklich der absolute Pluspunkt von diesem iPhone 12 Mini. Und ich muss sagen, ich habe es in der ersten Zeit extrem genossen, wieder so ein kleines Smartphone zu haben und wirklich alles mit einer Hand erledigen zu können. Was sich allerdings im Laufe der Zeit herausgestellt hat, sind zwei, drei Sachen, die ich mit euch heute teilen möchte. Das erste sehen wir hier auf der Rückseite und das ist die Kamera. Wir sehen hier nur zwei Kameras und das führt für mich zumindest zu einem kleinen Problem, wenn man ein Kind hat, wenn man einen Hund hat, wenn man eine Situation aufnehmen will, die einmalig ist, dann kommt man hier einfach mit diesem Telefon an seine Grenzen. Warum? Weil man nicht die Möglichkeit hat, ranzuzoomen. Ich habe ganz oft die Situation gehabt, dass Ginger, unser Hund, irgendwas Lustiges gemacht hat und ich wollte es aufnehmen und dann hatte ich entsprechende Aufnahme, wo der Hund irgendwie so klein drauf zu sehen ist. Übertrieben gesagt, aber es hat mich tatsächlich gestört, dass es keinen optischen Zoom gab und da gab es sehr viele Situationen und das seht ihr hier auch ein bisschen. Wenn wir jetzt hier beispielsweise ein Foto machen, wir können ja mal ganz kurz das iPhone 12 Pro hier reinlegen, dann sehen wir, wir können jetzt zwar digital reinzoomen, damit wird das Foto natürlich schlechter, aber wir können nicht ranzoomen, sondern wir können nur rauszoomen. Und deswegen ist dieses iPhone natürlich super, um irgendwelche schönen Fotos zu machen von irgendwelchen Landschaften oder von einer Skyline. Aber wenn ihr irgendwie Porträtfotos machen wollt oder irgendetwas detaillierter fotografieren wollt, dann müsst ihr mit dem Smartphone sehr nah rangehen, um diesen Effekt entsprechend zu bekommen. Das war für mich tatsächlich ein Problem, was sich im Laufe der Zeit ergeben hat, weil es ein paar Situationen gab, wo ich ein Foto gerne gemacht hätte, was ein bisschen näher dran gewesen wäre. Und das ist natürlich so, wenn man Kinder oder Hunde hat oder irgendetwas anderes, wo sich einmalige Szenen ergeben, die man einfangen möchte, dann stört das hier beim iPhone 12 Mini, für mich zumindest. Das zweite, was mir aufgefallen ist im Laufe der Zeit, ist die Batterie. Wenn wir hier mal reinschauen, dann sehen wir, dass wir hier eine Bildschirmzeit von 4 Stunden 20 haben und Bildschirm war 1 Stunde 40 aus. Und das ist auch ungefähr das, was man mit diesem iPhone schaffen kann. Das heißt, man hat ungefähr 6 bis 7 Stunden Laufzeit mit einem vollen Akku. Und das ist am normalen Tag, sag ich mal, wenn man von der Arbeit nach Hause fährt oder zurück und im Auto ist. Zwischendurch kann ich hier zum Beispiel im Büro aufladen. Dann kann man einfach MagSafe aufladen machen. Das heißt, kabelloses Aufladen oder mit dem Kabel natürlich geht auch. Aber da gibt es diese Momente, wenn man jetzt beispielsweise einen außerplanmäßigen Tag hat, fährt irgendwie mit dem Fahrrad irgendwo hin oder ist am Wochenende und kann länger nicht aufladen, irgendwo unterwegs. Dann kommt man mit diesem Teil an seine Grenzen und muss mitdenken, ah, okay, der Akku hält nicht so lange, wie ich es eigentlich gewohnt bin von meinen vorherigen größeren iPhones. Das dritte, was mir im Laufe der Zeit aufgefallen ist, ist das Display. Zum einen ist es sehr, sehr klein natürlich, das ist der Vorteil, aber der Nachteil ist natürlich, wenn man mal eine Mail beantworten will unterwegs oder wenn man irgendwas recherchieren will, dann muss man sehr genau hinschauen und man muss auch darauf achten, dass man sich nicht verschreibt. Deswegen habe ich auch gesagt, es ist eine Fernbedienung, weil man schnell mal drauf drückt, was macht und dann legt man es wieder weg. Kommen wir jetzt vom iPhone 12 Mini zum iPhone 12 Pro. Erstmal die Farbe für mich eine Traumfarbe. Ich finde, die ist Apple richtig gut gelungen. Einfach ein wunderschönes Blau und ein extrem wertiges Smartphone. Wir starten das Ganze hier auch mal hoch. Das ist das iPhone, was ich als erstes benutzt habe, weil das hat Apple im Oktober, glaube ich, herausgebracht. Das ist schon wieder so lange her und ist ein 6,1 Zoll Display. Ist von den iPhones, die es derzeit gibt, denke ich, die sicherste Bank. Es ist nicht zu klein, es ist nicht zu groß und es hat eine adäquate Batterie und für mich ganz wichtig, es hat die dritte Kamera. Das heißt, wenn ich hier beispielsweise etwas aufnehmen will, dann kann ich mit der Kamera reingehen und kann auf einen Zweifach-Zoom gehen. Das Ganze vielleicht am besten noch ein wenig scharf stellen und habe die Möglichkeit, hier das Foto zu machen. Ich kann aber auch noch den 10-fach-Zoom verwenden, um beispielsweise eine Nahaufnahme zu machen. Das ist dann natürlich digitaler Zoom, kein optischer Zoom. Dazu kommt eine weitere Möglichkeit, die seht ihr hier oben in der Ecke. Das ist der RAW-Modus. Das heißt, bei den Pro-iPhones hat man die Möglichkeit, im RAW-Modus aufzunehmen. Damit hat man dann die Möglichkeit, die Bilder nachträglich noch wirklich zu bearbeiten. Das heißt, Helligkeit, alles individuell einzustellen, ohne dass man irgendwelche Informationen verliert. Und das ist natürlich auch ein Riesen-Pluspunkt, vor allen Dingen für die Pro-Modelle, weil man das bei den iPhone 12-Modellen nicht hat. Deswegen ist im Übrigen auch das iPhone 12 für mich rausgefallen, weil ich gemerkt habe, ich brauche diese dritte Kamera. Das heißt, dieses Smartphone können wir schon mal aussortieren. Deswegen war das iPhone 12 Pro auch eine absolut sichere Bank in diesem Nutzungszeitraum, wo ich immer wieder gewechselt bin. Der Akku war ausreichend. Ich musste nicht zwischenladen. Ich konnte das Telefon den ganzen Tag nutzen, so wie ich es halt nutze. Und am Abend war es beispielsweise zwischen 10 und 30 Prozent. Das heißt, es gab nie das Problem, dass die Batterie jetzt schnups alle war und ich irgendwie gucken musste, wie ich auflade. Das gleiche ist der Bildschirm. Schön großer Bildschirm, reicht völlig aus. Man fühlt sich irgendwie wohl damit. Und gleichzeitig ist es in der Tasche nicht allzu groß. Jetzt kommen wir aber mal von der sicheren Bank zu dem absoluten Flaggschiff, das iPhone 12 Pro Max. Für mich auf jeden Fall eines der heftigsten iPhones, die es jemals gab. Das meine ich wirklich ernst, weil dieses iPhone ist einfach so krass groß. Und das Komische ist, es ist eigentlich nicht größer als das iPhone 11 Pro Max, was ich letztes Jahr benutzt habe. Es ist trotzdem gefühlt größer. Warum? Vermutlich, weil es so kantig ist. Wirkt es einfach größer. Wir holen mal eben mein altes iPhone dazu. iPhone 11 Pro Max. Da ist das gute Stück. Und wenn wir die jetzt mal nebeneinander halten, dann sehen wir, dass es ein bisschen höher ist. Aber wenn ich das hier mal drauflege, vorsichtig, dann sehe ich nur oben einen leichten Überstand. An den Seiten nichts zu sehen. Trotzdem fühlt sich das hier sehr viel kleiner an als das iPhone 12 Pro Max. Und das muss an diesem Rand liegen. Und natürlich, dass das Display ein bisschen größer geworden ist. Von 6,5 auf 6,7 Zoll. Und deswegen hat dieses iPhone 12 Pro Max schon den Charakter von einem Mini-Tablet. Weil man wirklich das Gefühl hat, man hat einen Computer dabei. Und so ist es auch wirklich. Das hier ist ein kleiner Computer, wo ich meine Arbeiten zum Teil auf dem iPhone 12 Pro Max gemacht habe. Und nicht irgendwie an einen Computer gehen musste und das da erledigen musste. Sondern man hat hier ein wunderbares, großes Display. Aber merkt natürlich auch auf der anderen Seite das Gewicht. Und das ist zum Beispiel was, was mich bei dem iPhone 11 Pro Max sehr lange gestört hat. Wenn ich beispielsweise mit Ginger, mit unserem Hund, spazieren war. Ich wollte irgendwas erledigen. A, das Gewicht von dem Teil. Und B, wenn ich oben in die Ecke wollte. Das heißt, sagen wir mal hier oben irgendwas einstellen will. Oder irgendeine App öffnen will. Ich komme halt nicht wirklich sauber in die Ecke. Das heißt, ich muss immer umgreifen. Und habe dann das Problem, dass mir das hier vielleicht aus der Hand rutscht. Wenn ich in den Kalender will. Oder wenn ich irgendetwas auf dem iPhone einstellen will. Das gleiche ist natürlich hier und noch viel mehr der Fall, wenn man mit dem iPhone 12 Pro Max arbeitet. Aber auch hier überzeugen wieder andere Dinge als beim iPhone 12 Pro. Und das merkt man vor allen Dingen, wenn man Fotos macht. Erstmal, man hat noch ein bisschen mehr Zoom-Möglichkeiten. Für alle, die Fotos und Videos lieben, ist das Teil der Way to go. 2,5 Mal kann man ranzoomen, um etwas aufzunehmen. Und hat natürlich alle anderen Funktionen auch mit dem RAW-Modus beispielsweise. Und was mir persönlich sehr schnell aufgefallen ist, ist, dass das iPhone 12 Pro Max bei Videos, wenn ihr beispielsweise am Nachmittag, wenn das Licht nicht mehr so gut ist jetzt im Winter, Videos damit aufgenommen habt. Die Videos sind wirklich fast rauschfrei. Also der Unterschied zwischen diesen beiden ist da nochmal sehr, sehr heftig. Das ist mit dem hier in der Form nicht möglich, wenn man Videos aufzeichnet. Und die verlieren an Qualität hier. Hier gibt es Rauschen. Bei dem iPhone 12 Pro Max hat man wirklich eine krasse Qualität, was das Ganze angeht. Aber natürlich bekommt man mit diesem Smartphone auch ein bisschen Haltungsschmerzen, wenn man das die ganze Zeit in der Hand hat. Es ist halt einfach auch schwer. Im Vergleich zu dem iPhone 12 Pro merkt man hier einfach die Größe. Aber trotzdem, ich kann euch nur nochmal sagen, dieses Display für alles das, was ich am Tag so mache, ist natürlich übelst angenehm. Man hat das große Display, man kann Bilder bearbeiten, man kann beispielsweise E-Mails beantworten, man kann einen Film schauen. Es ist wirklich ein Smartphone, was alles hat, was man braucht unterwegs. Man muss weniger an seine Geräte gehen, sondern kann das meiste hier erledigen. Was ich ein bisschen schade finde, was mir aufgefallen ist, ist, dass Apple hier einfach sehr viel Platz vergibt. Hier oben ist einmal fast noch eine Reihe möglich mit Apps. Hier oben ist auch noch sehr viel Platz. Und das wird einfach nur freigelassen, anstatt es wirklich zu nutzen, um beispielsweise hier noch Apps runterzubringen. Oder die Apps einfach runterzuziehen, dass man wirklich hier mit dem Einhandmodus ein bisschen mehr machen kann. Das ist in der Form, sage ich mal, hier nicht wirklich möglich. Wenn ich diesen Bildschirm anschaue, dann struggle ich so übelst zwischen diesen beiden iPhone-Modellen, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max. Weil das Display vom Großen ist natürlich schon ein Hammer. Wenn man irgendwo auf dem Sofa sitzt, im Café sitzt, ist es natürlich mega, dieses Teil zu haben. Aber auf der anderen Seite muss man es die ganze Zeit tragen und es ist schwer. Und man kann nicht mal eben schnell was machen, weil man immer zwei Hände dafür benutzen muss. Gehe ich die safe Variante und nehme das iPhone 12 Pro mit 6,1 Zoll oder gehe ich crazy und nehme das große, das Phablet, das riesige Smartphone? Komme ich damit im Alltag klar? Weil ich habe viele Kunden, ich bin immer unterwegs, muss permanent was nachgucken, muss ans Telefon gehen, wo mein Kopf wahrscheinlich fast verdeckt ist. Es ist eine absolute Luxusentscheidung, das ist auch klar, aber... Ach Gott! So Leute, ich habe mich jetzt entschieden, ich gehe den sicheren Weg. iPhone 12 Pro Max, ich feiere dich, aber ich werde erstmal mit dem iPhone 12 Pro arbeiten und damit denke ich auch sehr gut klarkommen. Das ist auf jeden Fall die sichere Variante, es ist die zwischen dem Mini und dem Max, wo ich es wirklich in fast einem Bereich nutzen kann. Das heißt im Alltag, wenn ich hier bei der Arbeit bin, Montag bis Freitag, aber am Wochenende habe ich auch Möglichkeiten damit, schöne Fotos zu machen, die zu bearbeiten, ranzuzoomen und habe eine gute Batterie. Ich glaube, das ist die richtige Wahl. Schreibt mir in die Kommentare, was eure Wahl ist, welches iPhone ihr euch gewählt habt und warum, weil jeder setzt dort seine Prioritäten anders. Die einen setzen auf Preis, die anderen setzen auf Foto, Video, die anderen setzen auf Verarbeitungsqualität etc. Schreibt es mir mal in die Kommentare, dann können wir uns dort ein bisschen austauschen. Ist das schon kaputt hier? Oh, Schock ist weg. Das soll es jetzt mit diesem Video gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.